Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Was erwartet uns in den kommenden Tagen? Im Zeitraum von 25. September 2017 bis 1. Oktober 2017 Wir verspüren eine gewisse Unzufriedenheit. Viele Menschen sind auch ungeduldig, kraftlos, müde, erschöpft. Wir brauchen einen Ausgleich. Wo finden wir diesen Ausgleich, wenn wir lernen, die kleinen Dinge wahrnehmen, darüber freuen und es auch schätzen. Wichtiger Thema wird auch in der kommenden Woche die Finanzen. Wir sollen die Finanzen in Ordnung bringen. Das war meine Prognose für die kommende Woche. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici Und die Linz auf den Kommentaren. Wir sollen die Kayan mit dem Anlehmat. Ich bedanke mich für die Schmerzen. Ich bedanke mich für die Brille und die Zerrung. Ich bedanke mich für die Schmerzen. Vielen Dank.